Erzähl mal was, Christian, wo sind wir? Tag zwei haben wir heute. Tag zwei haben wir. Und wir sind jetzt gerade im Kloster Altzeller. Wir machen unseren zweiten Dreh. Heute geht es um die Live-Performance und unsere kleine Therapiesitzung. Also wir haben heute schon ziemlich viel vor. Gestern war sehr, sehr erfolgreich gewesen und sehr aufregend gewesen. Da waren wir alle im Wasser gewesen bei sechs Grad. Das war auch ganz cool. Und ja, gut durchgefroren machen wir jetzt den zweiten Drehtag. Ja, dann mach doch mal die Tour auf, hier kann man reinfahren. Das ist jetzt Auto-Kreis. Ja, da siehst du halt die Spuren hier dran. Ja, ist egal. Das ist egal. Schau mal den Daumen. Peter, ich weiß nicht. Das ist egal. Puh, das ist egal. Puh, das ist egal. 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden Jetzt bin ich da Die Kamera läuft 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden Sie kann Das war's für heute. 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 Das war's für heute.